hier sehen wir nun also das herz des ungeborenen kindes und was muss im ungeborenen nicht geschehen na ja zum einen die leber muss den zufluss aus dem darm nicht verarbeiten weil wir haben hier keinen stoffwechsel im sinne von keine nahrungsaufnahme und deshalb muss die leber hier vom darm auch nicht viel verarbeiten also die leber kann geschont werden beim fetus beim ungeborenen die lunge atmet nicht das ungeborene atmet nicht das heißt das blut also das aus dem rechten herzen kommt muss nicht zur lunge ziehen weil dort gibt es keinen sauerstoff also müssen wir also schauen wie wir sowohl die leber umgehen wir auch die lunge umgehen und trotzdem das blut zum zirkulieren bekommen also es geht hier um umgehungskreisläufe die das ungeborene der fetus zeigt hier sehen wir die platzenta wo die sauerstoff beladung des blutes stattfindet über die nabel vene die vena umbilicalis tritt das sauerstoffreiche blut aus der platzenta nun über den nabel hinein in den organismus des ungeborenen kindes die nabel vene vena umbilicalis zieht nun man würde meinen zur leber hier gibt es einen kleinen seitenast und es kommt auch ein bisschen was zur leber aber nicht sehr viel der hauptstrom führt an der leber vorbei in die vena cava inferior in die untere hohlvene und dieses verbindungsgefäß hier das ist der duktus venosus also der duktus venosus ist der umgehungskreislauf der die leber umgeht und das blut nun aus der platzenta direkt in die vena cava bringt so nun geht es hoch der vena cava in den rechten vorhof jetzt haben wir gesagt das blut muss nicht zur lunge geführt werden also macht es auch nicht so viel sinn zu viel blut in die rechte kammer zu pumpen weil von der rechten kammer geht es ja eigentlich typischerweise zur lunge das heißt wir haben jetzt hier eine kurzschluss verbindung und die liegt im septum inter arteriale in der vorhof scheidewand dort finden wir eine öffnung das vor rahmen ovale das blut strömt nun also aus der vena cava superior und es soll ja möglichst durch das vor rahmen ovale hindurch das vor rahmen ovale würde dann das blut direkt vom rechten vorhof in den linken vorhof bringen und wir hätten damit elegant den lungenkreislauf umgangen naja woher weiß aber das blut nun dass wenn es da hinein strömt es möglichst dies vor rahmen auch als ziel anvisieren sollte und genau dafür gibt es die klappe die ich vorhin schon erwähnt habe wohin habe ich gesagt dass die untere hohlvene am eingang in das herz eine klappenartige struktur aufweist diese klappen artige struktur die valvula wenig kw inferiores die gibt dem einstimmenden blut die stromrichtung die dann genau auf das vor rahmen ovale führt ist das nicht genial diese klappe hat auch einen eigenen namen nämlich sie wird austarische klappe genannt austarische klappe die unter ihnen die hno schon gelernt haben denen müsste jetzt irgendwas kribbeln unter den fingern die müssten nämlich das denken an die austarische röhre der verbindungsgang zwischen der pauken höhle des mittelohres und dem nasen rachen raum da haben wir eine austarische röhre hier haben wir eine austarische klappe zur lenkung des blutes in richtung vor rahmen ovale das ist was sehr besonderes nämlich eigentlich eine geniale einrichtung denn das blut aus der vena cava inferior das kommt jetzt zu einem großen teil aus der platzenta also es ist sauerstoff reich wie damit der blut der vena cava inferior vermischt aber immerhin ist trotzdem hier sehr sauerstoff reich das gelangt dann über das vor rahmen ovale in den linken vorhof von dort in die linke kammer von dort über die aorta hoch also das eher sauerstoff reiche blut kann nun über die aorta sich über den trunkus brachiocephalikus über die arteria carotis nach oben zum kopf halsbereich ausbreiten das heißt also der kopf halsbereich und das gehirn damit auch bekommen das sauerstoff reiche blut der zweite strom der hinein kommt kommt über die vena cava superior und die bringt dass er sauerstoff arme blut aus der oberen körperhälfte und das strömt ebenfalls in den rechten vorhof das strömt aber nun gerade aus durch nach unten durch die trichospital klappe in den rechten ventrikel also wir haben gleichsam zwei ströme im rechten vorhof einmal über das mit dem sauerstoff reichen blut aus der vena cava inferior durchs vor rahmen ovale und einmal das sauerstoff arme blut das nun aus der vena cava superior kommt eben ohne platzenta sauerstoff sättigung und beladung und das fließt runter durch die tischospital klappe in rechten die rechte kammer in der rechten ventrikel durch den trunkus pulmonales wohin nach zur lunge macht nicht viel sinn die hat doch überhaupt nicht zu bieten an sauerstoff deshalb ist der sind die gefäße in der lunge auch extrem eng bauen damit einen extrem hohen widerstand auf dass das blut nämlich kaum zur lunge fließt sondern wir haben zwischen dem trunkus pulmonales und der aorta einen zweiten kurzschluss das erste kurzschluss war im vorrahmen ovale der zweite kurzschluss ist nun ein gefäß ein verbindungs ast der den trunkus pulmonales direkt mit der aorta verbindet und über diesen zweiten kurzschluss wird wiederum der lungenkreislauf elegant umgangen dieser kurzschluss hier trägt den schönen namen duktus arteriosus botali also zusammengefasst das sauerstoff reiche blut aus der platzenta kommt über die vena umbilical ist die nabelvene und zieht über den duktus venusus direkt in die vena cava inferior unter umgehung der leber mit der vena cava inferior kommt nun relativ sauerstoff reiches blut hinein in das rechte herz in den rechten vorhof durch die eustachische klappe wird dieser blutstrom direkt auf das vorrahmen ovale gerichtet das relativ sauerstoffreiche blut gelangt in den linken vorhof linke kammer und zieht dann nach oben über die aorta und versorgt vor allem den kopf hals bereich und jedes gehirn vor allem mit viel sauerstoff der zweite strom der kommt über die vena cava superior zieht nun in den vorhof aber dieser strom führt stärker in den rechten ventrikel über den trunkus pulmonales hoch nun über den zweiten kurzschluss über den duktus arteriosus botali vom trunkus pulmonales hinüber in die aorta als kurzschluss unter umgehung des lungenkreislaufs so dass die aorta nun hier das blut bekommt das nicht mehr ganz so sauerstoff reich ist aber das reicht aus für die untere körperhälfte auf diese art und weise baut das system einen genialen ein geniales zwei strom prinzip auf und es gewährleistet dass vor allem das gehirn ordentlich sauerstoff bekommt sie denken an ihre bevorstehende medizin prüfung vielleicht in anatomie in medizin physiotherapie oder osteopathie studium oder ihre recht umfassende hp prüfung was sehen sie was antizipieren sie wie souverän fühlen sie sich wenn sie in diesen moment sich hinein denken ich könnte aber auch anders fragen was braucht es um sich einen solchen moment sicher und souverän zu fühlen eine gute strukturierung des wissens eine systematik die inhalt und stabilität gewährt ein verständnis der prinzipien die die fakten zusammenführen ein detail wissen das nicht um seiner selbst willen gebüffelt wurde sondern in sinnvolle funktionelle zusammenhänge gesetzt wird und nicht zuletzt bedarf es einer stetigen wiederholung und anwendung des wissens in möglichst vielen verschiedenen kontexten wie sie das erreichen können ganz einfach indem sie mit unseren online vorlesungen lernen unten im text finden die links zu unserem angebot und vielleicht auch bald vielleicht